Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie haben keine Kissen! Sie haben nichts! Denn in diesem Viertel hat die Polizei keinen Eintritt. Sie wird auf die Polizei geschossen. Das sind Bilder, die dich nie mehr loslassen. 20ھ 8 9 9 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier in Ghana. Hier ist Jamestown. Von hier wurden die afrikanischen Sklaven nach Amerika verfrachtet. Von hier wurden die Menschen deportiert. Hier wurden die Menschen viele Tausende vorher schon vor ihrer Deportation getötet und gefoltert. Diejenigen, die sich gewehrt haben. Und von wem wurden die gefoltert und deportiert? Von weißen Menschen. Von denjenigen, die jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, hier, du hast mir irgendwas angetan. Als ob die Kriminalität von hier erfunden worden wäre. Es gibt genug weiße Menschen bei uns, die kriminell sind und anderen Leuten etwas antun. Aber wenn das dann mal ein Schwarzer macht oder wenn das dann mal irgendwer macht, ein anderer Ausländer, ein kriegsdurchgeknallter Flüchtling aus Syrien, der durch die Bomben überhaupt in seinem Herzen taub geworden ist, wenn der das dann macht, dann ist es auf einmal, ja, die sind so. Oder sonst etwas, ja. Dann stellt man diese hässlichen Rassentheorien auf. Die sind so. Nein. Du bist so. Du hast diese Menschen versklavt. Du schmeißt doch die Bomben auf diese Menschen. Schmeißen die Bomben auf sich selber? Hast du die? Haben die sich selbst in einem Boot? Sind die freiwillig gekommen, um eure Baumwollfelder zu bepflücken? Sind sie nicht. Und ich? Ich bin gekommen, um Kolonisten zu bestrafen. Und das mache ich mit meinen Projekten. Wir befinden uns in Akburg Bloshi, einem der berühmtesten und gefährlichsten Slums und Ghettos dieser Welt und Afrikas. Wir sind am Rande der Millionenmetropole Accra, hier in Ghana. Akburg Bloshi könnt ihr bei Wikipedia googeln und seine Geschichte lesen, aber mit uns könnt ihr es fühlen und erfahren. Akburg Bloshi hat drei besondere Wahrzeichen. Wir sitzen hier am Koli River. Das ist ein großer See, der inzwischen gestorben ist, wie die Geschichte dieses großen Bezirks. 40.000 Menschen leben hier auf der weltweit größten Müllhalde von Elektroschrott. Das zweite Wahrzeichen. Der Elektroschrott kommt aus Europa und aus den USA und aus Australien. Die Bewohner hier schlachten den Elektroschrott aus, um zu überleben. Dabei fließt Phosphor, Cadmium, Blei und Arsen in den Boden. Es geht auf die Früchte, die hier wachsen. Es fließt in den See, der inzwischen gestorben ist. Und ihr seht hier eine Quelle wie die Quelle des Lebens, was die westliche Welt uns hinterlassen hat, um hier zu leben. Wir befinden uns hier vor den Waisenkindern des Home of Taqua Projekt, das größte Waisendorf von Ghana. Gleichzeitig auch das größte Waisenhaus von Ghana, das Home of Taqua Hauptgebäude. Inklusive einer Ausbildungsstätte, inklusive einer Moschee, inklusive Unterkünfte für Spender zum Besuch, inklusive einer Mensa, inklusive einer Aula, inklusive eines Spielplatzes und viele mehr. Musik Umweltwissenschaftler sagen, dass man sich hier nicht länger als zwei Stunden aufhalten darf, ohne bleibende Schäden mit sich zu tragen. Wenn ich atme, rieche ich die Luft ein, die voller Giftdämpfe ist. Die Menschen allerdings hier, unsere Geschwister, unsere Kinder, die wir ins Home of Taqua holen, leben hier jeden Tag. 40.000 Menschen an der Zahl zwischen Giftmüll und 17.000 Gangmitgliedern. Es ist ein unbeschreiblicher Zustand, der mich direkt zum dritten Wahrzeichen kommen lässt. Akbobloschi ist berühmt als der Rückzugsort für Armrober, also für Überfälle, Leute, die Überfälle machen. Für Bankräuber zum Beispiel, die im Land Kriminalitäten begehen und sich in dieses Viertel zurückziehen. Denn in diesem Viertel hat die Polizei keinen Eintritt. Hier wird auf die Polizei geschossen. In diesem Viertel hat die Polizei gesagt, dass die Polizei nicht mehr als 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 die Polizei. aus dem Viertel. Wir leben hier mit 3 Jahren. Das ist ein supersehen. Wir leben bei einem großen Nach Staat in der Haut. Ich habe schon so viele Jahre alt. Ich habe alle meine Frau gewonnen. Ich habe meine Schäuze, ich habe meine Schäuze. Ich habe meine Schäuze. Ich habe meine Schäuze. Ich habe meine Schäuze, meine Bräder. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Wie ihr seht, bemalen wir gerade unsere Außenmauer vom Waisenhaus bzw. die Kids bemalen die Außenmauer vom Waisenhaus mit Fingerfarben und machen Handabdrücke dran, malen Sterne, malen Sonnen, Blumen. Das ist eine Art Therapie, entwickelt von unseren Erzieherinnen, die wir aus Deutschland mitgebracht haben und von der Schwester Firdaus hier zu unserer Rechten, unsere Sekretärin, die das alles hier organisiert hat, die Kinder in fünf Gruppen einzuteilen und diese Außenwände zu bemalen. Diese Kinder kommen zu 50% aus Maiduguri, das ist in Nigeria, Kriegsgebiet. Die haben Horrorszenen miterlebt, ihre Väter wurden vor ihren Augen abgeschlachtet. Die Witwenmütter von denen haben ihre Ehemänner teilweise jahrelang gesucht auf Leichenbergen. Diese Kinder haben schreckliche Szenen miterlebt und unsere Erzieherinnen haben uns gesagt, dass das Bemalen dieser Außenmauer eine Art Therapie für die kleinen Schwestern sein soll. Genauso wie für die Jungs der Sport, neben dem alltäglichen Unterricht, neben der Liebe, neben den Fächern, die sie lernen und der Ausbildung. Ist das einfach eine Sache, wo man mal die Seele baumeln lassen kann. Und gleichzeitig, man kann sich ja immer wieder daran erfreuen, wenn man dann jetzt hier lebt und diese Wände sieht. Wir haben Gäste hier aus Frankreich, wir haben Gäste hier aus Dortmund, aus Hameln bei Hannover. Alle sind begeistert. Wir haben drei bis vier Stunden eingeplant, um die Außenmauer zu bemalen. Jetzt sind 40 Minuten vorbei und sie sind fast fertig. Alle Kinder wollen unbedingt anpacken. Ich bin begeistert von dieser farbenfrohe. Das ist eine frohe Botschaft und zwar eine farbenfrohe Botschaft. Maschallah. Ihr habt das möglich gemacht mit euren Spenden. Ich habe jetzt auf denhalb YouTubers einen einen schönen arising dem Saat membersicher. Ich habe nach ihnen Austausch und das 13 April 27 Uhr, im Saat mit unseren Haaren. Und dann hatte ich die Besidee, auf dem Training Gemeinwesen. Das ist die Besidee. Ich bin der MusEE Merkwongen. Das war ein engagieres Waren. Das war ich die Aufmerksamkeit, auf diese das neue blowing. Neben ihnen habe ich das oft gelernt. Die Leute unter dem Himmel haben wir das ganze Zeit. Die Leute sind nicht gelaufen, sondern wir haben esierungspelt, nicht nur das Wort, aber die Leute, die ich bin normal, die Leute hier zum Himmel haben, das ist alles gut. Das ist ihr eigener mein Leben. Viele unserer Kinder, viele der obdachlosen Waisen leben hier und ihr seht, wie wichtig es ist, diese Waisenhäuser schnell fertig zu stellen. Es sind unsere kleinen Geschwister und wir sind hier stellvertretend für euch, um sie rauszuhören aus dieser Situation. Ich bin gerade hier in einen Giftmüll-Tümpel gefallen. Das ganze Viertel ist durchzogen von Tümpeln, die man gar nicht manchmal erkennt. Ich bin mit meinem Schuhfuß rein und die Bewohner von hier haben Angst um meinen Fuß gehabt. Das sagt alles aus. Die Bewohner von hier haben Wasser gekauft und Wasser über meinen Fuß geschüttet. Subhanallah. Wenn die Bewohner von hier, die hier tagtäglich leben, Angst um meinen Fuß haben, weil dieses Wasser so giftig ist, welche Angst haben wir über die Kinder unserer Oma? Akbubloschi wird in den Medien Toxic City genannt. Die Leute aus Ghana nennen es Sodom und Gomorra. Die Leute aus dass sie sich in den letzten Mal hat. Die Mussteigerin bin ich, in denen ich mich Look healthy die sich mit der Person leidens nicht überwerte. Und ich weiß, dass du mein Geist am DC한st. Zumalha Abdurrahman, ich bin alle. Ich wurde ein Mensch auf Deutschland und ihr ist Philosophy. Ihr gelesen in Ghana. Und es ist wirklich hart, wirklich lustig, wirklich lustig. und verrückt und interessiert. Seit dem ersten Mal, dass ich dich kennengelernt habe, direkt, du gehst zu meinem Herz. Und, direkt, wir schauen uns an und wissen, was die anderen denken. Wir haben unterschiedliche Farben und in unterschiedlichen Ländern, aber wir sind die gleichen Menschen, wie wir zusammen in der gleichen Haus haben. Denn ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal nach Gala kam, war ich alleine. Ich weiß nicht, was passiert. Aber Sie behandeln mich wie eine Familie von dem ersten bis zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Wir lieben die throughาง podeustellen. Ich weiß, etwas alles muss. Sie Poland fragEST PlayStation 4 und geht en vielen inheritance. Alle wirklichen dieser Menschen ihre Mehr我们 benen. Sie h ép委. Und damit die Leute INTERVIE spacecraft. Sieили Lego und stöhnen wenn der Papiereòl von uns. Sie sind vor allem absackt. und ihr seid ihr auch sehr gut? Aber wenn ihr seid, das ist kein Geheintritt. Ich hab das Ihr Geld gehabt. Ich bin damit bewirb, dass es keinen Geist zu werden, Aber wenn ich nicht die Leute auswählen, dass die Menschen sehr interessiert haben und die Menschen in der Vergangenheit zu sein, die Menschen ausgere全部 von ihnen haben, ihnen ist das hepatitis, das es ihnen nicht. Ich habe die Leute so gehalten. Das war die Leute, die Leute, die ihr euch lieben. Die Leute, die ihr euch lieben, haben ihre Leute aufgelegt. Die Leute, die ihr euch lieben. Wir haben alles schon gemacht. Ich habe alle Leute gehalten. Meine Freunde, ich bin Formsburg, die ich meine Trinke schreien. Ich bin vom Zuhl At bizurre tomorrow an. Da мне ich die nicht hören, weil das andere Menschen nicht so spüchern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis das Kind dann offenbart und sagt, ja, übrigens, meine Mutter wurde auch dreimal vergewaltigt. Das hat das Kind bis dahin innen rumgetragen und hatte innen drin Probleme, wo keiner wusste, warum benimmt er sich manchmal so komisch. Und erst dadurch, dass es sich dann öffnen konnte, hat man gemerkt, wie man dieses Kind behandeln muss. Diese Kinder brauchen eine spezielle, besonders auf sie angepasste Behandlung, um ihren Seelen gerecht zu werden und sie wieder zu formen und für die Zukunft bereit zu machen. Gemeinsam mit euren Spenden ist das Ganze möglich. Und Home of Taqwa, dieses Projekt bedeutet, die Zukunft von Afrika zu vergolden. Wir sind gerade auf dem Weg zum Ausflug und ihr wisst gar nicht, wie stressig das hier in der Sonne ist. Das Ganze ist hier mit Anstrengungen verbunden, doch am Ende des Tages lohnt sich das Ganze. Und das Ganze ist hier mit ein Egyptians besser. 精心 360 Obdachlose Waisen, befreit von den Schokoladenplantasen, an der Elfenbeinküste und in Nord-Ghana. Befreit, rausgeholt als Kindersoldat aus Maidiguri, aus Kano in Nordnigeria, geholt von den Straßen-Akwobloshis und Nima, jetzt mit uns zusammen unterwegs, ein Ausflug, die Seele baumeln lassen, lachen, Trampolin springen, schwimmen, Fußball spielen, Kano fahren. Dried man, no alcohol, I'm a free man. Aki, I don't need a call to Avan tonight. Aki, I don't need a call to Avan tonight. I don't need nobody. As long as I got Robbie. I don't need nobody. I love them thrills As long as I gotta be Diese kleinen Kinder, das sind Zeugen von der Straße Die kennen nicht nur das harte Leben Sondern auch ihre Strafen Und da sie so oft traf Denken sie ein ganzes Leben lang an die schlechten Erlebnisse Die sie prägen durch ihre Narben Später, wenn sie älter werden Dann tun diese Zeugen von der Straße Sich in einem Crew zusammen In einem Gang zusammen Und wenn sie dann andere Feinde bestrafen Dann denken die anderen Feinde ein Leben lang an sie durch ihre Narben Wisst ihr Wir bauen eine Schule hier In diesen Slums, in diesen Ghettos Nicht ohne Grund Weil Wenn die Eltern von denen umgebracht worden sind Kurz gesagt Wenn der Papa sich Heroin spritzt, drückt auch keiner mehr die Schulbank Das ist das Problem Und wo wir hier sitzen und wo wir hier stehen Sagt auch alles aus Das ist eine Kanalisation Unter uns Ein Haufen Exkremente Fließt hier entlang Es ist die Kanalisation von einer 5-6 Millionen Einwohner Stadt Diese Kinder sind Straßenkinder Die leben hier Die schlafen hier Ihr seht es ja Und wenn wir denen nicht das Haus Bieten Dass ihnen zusteht Dass ihnen längst zusteht Dass ihnen seit langem zusteht Dann Dann Glaube ich nicht Dass wir es wirklich bewiesen haben Wenn wir sterben Dass wir jedes Mal Groß Spurig labern Das sind unsere Geschwister Das sind unsere Brüder Jetzt mal ganz ehrlich Jeder kann sich selbst Hand aufs Herz legen Wie oft hast du oder ich Oder wer auf Facebook geschrieben Für meine Brüder Für meine Schwestern Meinst du, dass durch diesen Post Sich irgendetwas verändert Es sei denn Du verbindest diesen Post Mit irgendeiner Tat Mit irgendeiner Spende Mit irgendeiner Aufopferung Und so weiter Die Gelehrten Die definieren Ichlas Die definieren Aufrichtigkeit Mit Hingabe Mit einer Aufopferung Meinen wir Wenn wir irgendwie Selber keine Schmerzen verspüren Selber nicht mal ein bisschen Angst verspüren Selber nicht mal ein bisschen Hunger verspüren Damit wir unseren Geschwistern helfen Meinen wir, dass wir aufrichtig waren Wenn wir meinen, dass das Paradies Ein Kurzstreckenticket ist Von der Rheinbahn für 1,60 Dann viel Spaß Ich bin in Kofi Ich bin in Togo Und dann bin ich in Togo Und dann bin ich in Togo Und dann bin ich in Togo Ich habe eine Frage, die ich mit mir gewpected habe, w und wo es ist. Ich habe es einen solchen Team. Ich habe es nicht damit gesessen. 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 Ich habe es nicht gemessen. Ich habe es nicht damit gesessen. Es ist mir darauf, dass ich diese Familie ganz Què bin. dass das Koko-Fam war, das die Siemfus in der Central Region. Ich habe mir darauf gehört, das Errich, was ich – Ich bin auf einem eigenen Zeichnen. Ich bin auf eine Frau gehalten. Ich bin auf eine Frau verdammt. Ich habe mich gehalten, dass ich mich selbst in einer Frau kiepte. Ich bin auf einem Mann. Ich habe mich gefragt, ob es 4 Uhr war. Ich habe mich die ganze Frau gehalten. Die dritte nach 6 Uhrâm' war ich mit einem guten Tag ein. Ich dachte mir, wie ich mirлексne, wie es, in der schlimmste Zeit war, wo ich mich aufgewachsen bin und ich in diesem Zeitung ergeben bin. Ich will nicht. Mein Name ist für einen guten Tag. Mein Name ist für mich, ich will nur auszusehen. sondern auch bis zurzeit, wenn ich mich, der Schmierer der Familie entdecke, Ich habe mir einfach gesagt, dass das Leben im Englisch war. Aber dass wir uns nicht nur damit verletzten, dass wir uns nicht mehr leisten können. Wir haben uns auch hier und die Zeit im Wesen und die Zeit in der Schule zu verletzten. Und ich weiß nicht, dass wir das Geld nicht verletzten. Wir gewinnen, die ich nicht verletzten, Und das ist, dass ich den Menschen nicht verletzten, dass ich den Menschen nicht verletzen kann. Wir hatten einen Menschen, Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Musik Ich bin der Bibliothek. Ich habe den Mönchengländer. Ich bin der Mönchengländer. Ich habe den Mönchengländer. Wir sind hier in Ghana. Hier ist Jamestown. Von hier wurden die afrikanischen Sklaven nach Amerika verfrachtet. Von hier wurden die Menschen deportiert. Hier wurden die Menschen viele tausende vorher schon vor ihrer Deportation getötet und gefoltert. Diejenigen, die sich gewehrt haben. Und von wem wurden die gefoltert und deportiert? Von weißen Menschen. Von denjenigen, die jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, hier du hast mir irgendwas angetan. Als ob die Kriminalität von hier erfunden worden wäre. Es gibt genug weiße Menschen bei uns, die kriminell sind und anderen Leuten etwas antun. Aber wenn das dann mal ein Schwarzer macht oder wenn das dann mal irgendwer macht, ein anderer Ausländer, ein kriegsdurchgeknallter Flüchtling aus Syrien, der durch die Bomben überhaupt in seinem Herzen taub geworden ist. Wenn der das dann macht, dann ist es auf einmal, ja die sind so oder sonst etwas. Dann stellt man diese hässlichen Rassentheorien auf. Die sind so. Nein, du bist so. Du hast diese Menschen versklavt. Du schmeißt doch die Bomben auf diese Menschen. Schmeißen die Bomben auf sich selber. Hast du die? Haben die sich selbst in ein Boot? Sind die freiwillig gekommen, um eure Baumwollfelder zu bepflücken? Sind sie nicht? Und ich, ich bin gekommen, um Kolonisten zu bestrafen. Und das mache ich mit meinem Projekt. Salaamualaikum. My sisters and brothers from Europe. Ich bin 우�ingsherrfa Dawud. Ich habe jetzt 5 Jahre alt. Ich habe jetzt auch eine Frau in der Familie. Ich habe in der Familie getrennt. Ich habe in der Familie getrennt. Ich habe in der Familie Ich habe es nicht in Europa, sondern auf der Straße nicht gehe слов. Ich habe es nicht in dieser Schule. Das finde ich an internationalen Schulen. Ich habe die Schule für sie in die Schule, die auch die Schule Henderson ciht. Ich habe es nicht in meiner Schule. Ich habe ihre Schule in die Schule. Ich bin in der Schule, in der Schule, in der Schule. Ich habe mich, dass ich die Internationale in der Schule bin. wenn jemand aus einer Tumorstolm als die Tumorstolm sprechen, oder aus einer anderen Artikel zu sein. Oder ich habe die Tumorstolm, auf dem Bauteil bei anderen Beseckungen und Sikai-Wan aus der Tumorstolm und auf dem Bauteil von Tumorstolm und dann auf der Tumorstolm was ich sie. Ich habe auch die Tumorstolm und die Tumorstolm und ob eine Tumorstelle war. Ich hatte die Tumorstolm Wenn ich nicht, dass ich mich, immer wieder auf ein Team kann, dann nicht bezüglich der皇ische Welt. Er ist nicht, wenn ich mich darüber hinausgekommen würde. Ich weitergebe. Wenn ich mich, immer wieder auf die Internationalen gekommen bin, dann kann ich mich nicht mehr haben. Wir sind wieder da, bei dem größten Waisenhausprojekt von Ghana, hier in Accra, Dodowa, um es genauer zu nehmen. Und wir zeigen euch die Updates. Hier, ich bin mit dem Bauleiter, Izzuddin, der kann euch auch kurz begrüßen. Assalamu alaikum, liebe Spinde, ich freue mich, euch zu begrüßen. MashaAllah, er spricht auch ein bisschen Deutsch, er versteht fast alles, wenn wir sprechen. Da hat er hier gelernt, selber gelernt, MashaAllah, ein kluges Kerlchen, der auch ganz großen Anteil hat überhaupt, dass wir das hier so schnell geschafft haben. Natürlich, ihr habt selbst auch einen riesigen Anteil, denn ich sage immer wieder, manche Leute schreiben unter unsere Fotos hier Ehrenmann oder sonst was. Ich sage immer wieder, ihr seid eigentlich diese Ehrenleute, weil ihr seid diese Benzin, ohne dass der Motor gar nicht fahren kann. Ich zeige euch das. Für mich ist es ein sehr emotionaler Moment, wo ich gerade mit dem Auto hier angekommen bin, wo ich das letzte Mal hier war, ist ein Jahr her. Es gab kein Dach, es gab keine Bemalung und ich zeige euch einfach mal die Fortschritte hier. Erstmal fangen wir mal an. Der ganze Boden ist jetzt verkachelt. Komplett von Anfang bis zum Ende auf zwei Etagen. 360 Kinder sollen hier einziehen. Komplette Boden ist verkachelt. Ihr seht hier drinnen zum Beispiel, seht ihr, haben wir schon Betten, wo die Kinder schlafen werden. Wir müssen allerdings Bettwäsche kaufen. Wir müssen die ganze Inneneinrichtung jetzt hier kaufen. Für 360 Kinder ist es in der Einrichtung. Plus in der Einrichtung für eine Schule, für eine Ausbildungsstätte, da läppert sich schon, kommt einiges zusammen. Das ist gestrichen jetzt hier in einem schönen hellen Blau. Das ist übrigens meine Lieblingsfarbe. Und das ist auch neu. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Und ihr seht, da sind Mückengitter dran, dass die Kinder also keine Stiche bekommen. Das ist auch keine unwichtige Sache. Denn hier haben die Mücken Malaria-Gefahr. Es gibt hier viele Mücken, die haben Malaria. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du hier auch ein richtiges Mückengitter hast. Schauen wir mal zum Beispiel in die Räume rein. Der ist jetzt verschlossen. Aber dieser ist zum Beispiel auf. Schauen wir in einen dieser Räume rein. Wie ihr seht, gibt es jetzt hier auch schon Propeller an der Decke für die bessere Luft. Auch in den Räumen ist inzwischen der Boden gemacht. Die Wände sind gespachtelt. Die sind glatt. Und die Elektrik ist schon dran. Es gibt auf beiden Seiten Türen. Weil wir haben auf der anderen Seite ja nochmal eine Veranda, wo die Kinder sich auch aufhalten können. Und das sind dann die Räume. Momentan dient das als Lagerraum. Weil die Arbeiter sind ja hier am Arbeiten fleißig auf der anderen Seite. Und hier ist also einiges neu. Zum Beispiel kommen wir jetzt. Ja, hier ist ein größerer Raum. Können wir auch nochmal reingucken. Damit ihr ein bisschen so einen Überblick habt über die Räume. Die Bauarbeiter schlafen hier. Fenster sind drinnen. Ist natürlich jetzt alles baustellenmäßig. Und wenn das fertig ist, wird alles nochmal geputzt. So ist halt eine Baustelle, wo gerubelt wird. Da fallen ja bekanntlich Schwäne. Türen sind drinnen. Und jetzt kommen wir zur Treppe. Es geht hoch zur zweiten Etage. Da ist also auch das Gitter neu. Zum Beispiel ganz wichtig, dass man auf so einer Treppe ein Gitter hat. Sonst würden ja die Kinder hinfallen. Ah ja. Man sieht hier die Badräume. Ja. Wie ihr seht, das ist alles schön mit Kacheln gemacht. Das ist ein unglaublicher Weltenunterschied für die Kinder. Das ist kein normaler Standard auch in Ghana für die Mittelschicht. Die haben das nicht so. Und das ausgerechnet die ärmsten Waisenkinder, die überhaupt noch nicht mal sowas haben in der Nähe, dass die sowas bekommen, das ist ein wahnsinniger Standardwechsel für die. Die sollen es schön haben. Mode b questions. June 2 Sakare Shah Armin án wujahr wurde Wiryeah die über you Next woman Muslima أحمil للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلمة فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما اشتركوا في القناة لحظة بالنسبة نعم نعم نحي نداريون في ألغانية في ألغانية في ألغانية نعم مدينة في مدينة في ألغانية ونحن ندريك بحاجة من الأطفال من الأخير من الأطفال إلى نجريا durch die Fronten in den Bürgerkrieg. Die fahren nach Burkina Faso, nach Togo, nach Benin, an die Elfenbeinküste, nach Mali. Das Ganze mit öffentlichen Bussen. Manchmal auch eine Strecke mit Flugzeugen innerhalb Afrikas und mit Booten und das ist wirklich schwierig, weil zum Beispiel die dicken Boote können nicht alle Strecken fahren, weil dort Steine sind. Deswegen sind sie immer mit so kleinen Booten unterwegs und wir haben heute mal so unsere Waisenkinder mitgenommen, um denen mal zu zeigen, diejenigen, die von hier kommen und sonst nicht mit dem Boot gefahren sind, um denen mal zu zeigen, wie das eigentlich ist. Wenn die Jungs hier rausfahren, zu den Dörfern, die keine Verkehrsanbindung haben. Die dicken Boote kommen nicht überall durch, die müssen immer zur Seite fahren, weil sie sind schwerer. Wenn Steine am Boden sind, ist es gefährlich. Allgemein von unseren Teams, die riskieren alle ihr Leben, um die Kinder auszuholen. Keiner von denen kann schwimmen, bis auf einer. Nur einer, nur Abraza kann schwimmen. Es ist unglaublich. Die Gewässer hier sind mit gefährlichen Fischen voll. Hier sehen wir eine typische Szene von den Kindern aus dem Ghana, die wir in unsere Weißenhüse einholen. Hierbei handelt es sich um Flüchtlinge aus dem Niger. Wie ihr seht, sie schlafen vor irgendwelchen Läden, haben sich improvisorisch irgendwelche Zelte mit Moskitonetzen gebaut und schlafen hier einfach emotionslos auf dem Boden hier. Wie ihr seht, sie haben weder Decken, sie haben keine Kissen, sie haben nichts und warten einfach, dass sie den Tag überstehen, die Nacht auch überstehen. Und wenn es regnet, stehen sie alle auf und drücken sich ganz beieinander an die Wand zusammen, damit sie bloß nicht nass werden. Und denkt nicht, das ist nur ein kleiner Teil, den wir hier gerade zufällig gefunden haben. So sieht es zehn Kilometer komplett auf der ganzen Straße so aus. Komplette Kinder und Flüchtlinge, die sich komplett aus Westafrika zusammengesammelt haben, vor Dürre oder Hunger zu entfliehen, die ihr inshallah mit eurer Spende rausholen könnt. Zieht euch das mal rein hier, da ist eine Ghettoschule, aber richtige Ghettoschule. Zieht euch das mal rein, wie die Kinder hier sind. Sie sind einfach da reingeferscht, ganz viele kleine Kids. Die haben gar nichts. Guck mal, der Bruder, der mich hingebracht hat, hat an seine Seite. Das ist der Bruder, der mich hier bringt. Ist das ein Anker? Das ist nur ein Anker. Das ist Salissio. Das ist Salissio? Ja, dieser Bruder ist Salissio, der hat mich zu dieser Schule gebracht. Schaut euch mal an, wie die Kinder da sind. Subhanallah, sogar ein kleiner, der hat gar keine Klamotten. Also wir haben viel zu tun hier. Die Bewohner haben uns nach ersten Sachen gefragt. Ganz wichtig für die sind Barträume, dass wir Barträume hier installieren. Wir haben viel zu wenig Barträume, keine Toiletten. Wir werden hier Toiletten bringen, Barträume, öffentliche Sachen. Das wäre richtig. Und dann werden wir uns, glaube ich, mal an die Schuhe machen. Und dann werden wir uns, glaube ich, mal an die Schuhe machen. Wir sind so weit draußen jetzt, dass die Leute einfach keine Brunnen mehr haben. Ihr seht also, dass noch viele Brunnen gefragt sind. Und es ist nicht nur so, dass die Leute ihr Trinkwasser hier rausnehmen, sondern they're already wash themselves inside here. Schaut, schaut, da holen sie sich grad das Trinkwasser raus. Das sind Einblicke, wie in einem Land unserer Zeit. Das sind Einblicke, wie in einem Land unserer Zeit. Das ist Hafsa aus dem Niger. Eines unserer älteren Waisenkinder aus dem Homeoff-Takwa-Projekt, die schon seit sie elf ist, bei uns aufgenommen ist. Die älteren Kinder fühlen sich sehr gut ein in das Projekt, indem sie zum Beispiel, so wie sie, Wege weisen, kennen sich natürlich ortsansässig viel besser aus, indem sie Essen zubereiten, Essen austeilen an die jüngeren Kids, Wäsche waschen. Es gibt Kinder, die seit fünf Jahren jetzt im Programm sind, die inzwischen Lehrer geworden sind, für die kleineren Kinder. Zum Beispiel habe ich Sulan gesehen, habt ihr gesehen, wie sie an der Tafel inzwischen den Kindern Arabisch beibringen. Und das sind Erfolgsgeschichten, die hier geschrieben wurden. Gerade die Flüchtlinge aus dem Niger, die in anderen afrikanischen Ländern ankommen, die kommen ausgezerrt von der Dürre ganz dünn an. Ihr seht auch jetzt noch, das ist wirklich sehr, 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 man sieht es hier noch an, einfach diese Dürre. Und ausgemergelt, ausgezerrt, lange Zeit nicht genug zu trinken gehabt, aufgewachsen ohne ausreichend Nahrung und Vitaminen. Und die schlafen dann auch an der zehn Kilometer langen Straße, in Agra auf der Straße. Und die schlafen dann auch an, einfach diese Dürre. Hallo. 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 Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Gut. 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 Ich bin. Bin. Süß. Ganz süß. Ganz süß. Ganz süß. Waschallah. Waschallah. Ich kuss. Ich bin. Bin. Ein. Ein. Flugzeug. Ich bin. Ein. Flugzeug. In man. armen. Mithe. Das war ein. Das war ein. Ich bin. Ich bin. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Liebe Spender, liebe nichtmuslimische Helfer, das große Fußballturnier, Weisenturnier ist vorbei. Es gibt einen Sieger, das Siegerteam erhält von uns 220 Euro, das zweite Siegerteam erhält 120 Euro und natürlich gibt es auch Pokale. Und das Wichtigste ist, man hat Spaß gehabt und man hat was gelernt und man hat die Hoffnung, durch den Fußball als eines der vielen Mittel, die wir anbieten, in diesem großen Waisenkomplex einen Weg zu haben, aus der Misere, aus dem Problem, aus dem Stamm rauszukommen. Und im Leben ist es sehr schön, Spaß zu haben und auch Sport zu machen. Aber was wir aus dieser Sache, neben der Chance, dass wir von ganz unten nach oben kommen können, noch lernen können, das ist Fair Play, dass wir uns untereinander als Menschen, egal welche Abstammung, egal welche Stamm wir herkommen, dass wir uns fair behandeln. Denn wenn wir die Menschen fair behandeln, wir sind Muslime, wir sind Geschwister, sowieso, wir müssen es ermalten. Wer kann nicht an der Menschen gewinnen? Wer kann nicht, Oh Allah, I turn to you in my times of need and joy. As I am international, the perspective of the world, is to help us. Now, who are they helping? They are helping our own children. They are helping our own people to have a better future. Our kids are between Gift, Gas and Gatter. I'm educating. Colonistic, press me, I'm hating. Entwicklungshilfe, ja wo ist die Phrase? On the ground, Sicht, eine Luftblase. Ghetto Kids haben jetzt ihre Chancen. Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe. Kleine Kinder auf der Suche nach Brot und Wasser. Ohne Papa und auch ohne Mama. Sie wohnen in Accra. Auf der Straße, deshalb brauchen sie das Waisenhaus. Home of Tacua und bald ist es soweit. Nie wieder auf der Straße schlafen. Lass uns helfen, damit wir vor Gott gute Taten haben. Wenn man nach Spenden fragt, wird leider nicht oft ja gesagt. Was haben wir für ne Antwort, wenn Gott uns befragt? Akmobloschi, der Block ist so hart. So hart, als fast jeder dort ein Korfkino hat. Und wie gesagt, Gott wird uns nach jedem Cent befragen. Du kannst diese süßen Kindern von den Ghetto-Gangs bewahren. Glaub mir, alles ist machbar, der Wille zählt. Was mit unseren Schwestern passiert, möchte ich nicht erwähnen. Kinder sehen von den Älteren. Und gucken ab, unser kleiner Bruder wird beklaut, während er Hunger hat. Ich habe dich erinnert. Ein Jahr habe ich dich erinnert. Hast du mich auch? Schau, was wir für dich gebaut haben. So große Haus. Ist das schön? Ein schönes Haus? Wenn das schön ist und du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Ich liebe dich. Baby, ich bin hier für dich. Mit der Sklaverei, alles geht vorbei. Nur die Taten bleiben. Spende in guten und in harten Zeiten. Sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihre Narbe. Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihre Narbe Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihren Namen Und wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihren Namen Und sie sind Zeugen von der Straße und tragen ihren Namen Wir sind Zeugen von der Straße und kennen ihren Namen Vielen Dank.